Ein kurzer Speed muss jetzt in Hannes Eich, die Stippen, 188 Knoten, Hannes Eich, wieder Schikane und erstes Wendemanöver, zum ersten Mal kommt der Ruhm, nahe bei der Red Bull Tribüne, 3 und 1 Zehntel, fehlt ihm hier, 3 und 1 Zehntel, er muss gewinnen, will er Weltmeister werden, gleich schnell fahren wir auf Position 3, Was wird die erste Durchmachszeit beim zweitem Ende Manöver, immer noch die dreimal, vier Zehntel Hannes Eich, komm jetzt, konstanter Rückstand momentan, wieder in die Schikane, irgendwann wieder vorbei, zweiter Pylone, dritter Pylone, er muss Nikolaus Eberdorf hier schlagen, letztes zweitem Ende Manöver, Wo ist er, hol das drauf geholt, das geht er nicht Zieh, zieh er rein, das ist eine Zehntel, er lässt ihn noch, Kiefer, Kiefer Okay, das kann man nichts, das kann man sich nicht, das geht nicht Hannes Eich, passiert's auf